Zur Fußball-EM schauen Millionen Fans ständig auf ihr Handy oder den PC. Die Ergebnisse nachsehen, auch und gerade dann, wenn man Geld gewettet hat. Doch Sportwetten sind nicht bloß ein kleiner Extrakick zum Spiel. Für viele Menschen ist es eine Sucht. Das eigentliche Spiel wird zur Nebensache. Das heißt, man hat permanent, während man das Spiel verfolgt, im Kopf die Gedanken, was passiert als nächstes, was heißt das für meine Quote. Also man kommt sehr schnell in so einen Thrill. Und dieser Thrill ist eigentlich ein Merkmal für ein hartes Glücksspiel, ähnlich wie beim Automatenspiel. Und diese Geschwindigkeit und diese Möglichkeit, parallel zu wetten, auf mehrere Spiele zu wetten, das ist das, was eigentlich dieses hohe Suchtpotenzial von Sportwetten ausmacht. Rund 1,3 Millionen Menschen leiden laut Glücksspielatlas an einer sogenannten Glücksspielstörung. Mehr als drei Millionen zeigen erste Anzeichen einer Sucht. Das vermeintlich schnelle Geld spricht viele an und verleitet zu immer riskanteren Einsätzen. Oft steht am Ende der finanzielle Ruin oder Schlimmeres. Glücksspielsucht ist die teuerste Sucht. Keine andere Sucht kostet so viel Geld. Wir haben ganz tragische Geschichten, mit denen wir konfrontiert werden. Zum Glück ist es mittlerweile so, dass die Krankheit anerkannt ist und dass die Personen eher den Weg ins Hilfesystem finden als vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Wer bemerkt, dass er oder sie keine Kontrolle mehr über sein Wettverhalten hat, kann sich selbst testen. Solche Tests finden sie im Internet oder bei einer örtlichen Beratungsstelle. Also um auszuprobieren, kann ich unter Regeln spielen. Kann ich mir zum Beispiel vornehmen, nicht mehr als Betrag X im Monat zu setzen oder nicht mehr Zeit als so und so viele Stunden im Monat zu verbringen. Und solange es mir gelingt, mich in einem selbst gesetzten Regelwerk zu bewegen, habe ich ja noch die Kontrolle. Ist eine Abhängigkeit erstmal da? Ist der Weg zurück nicht mehr möglich? Wenn Sie Hilfe suchen, können Sie sich anonym zum Beispiel an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen oder auch die Suchtberatungsstellen der Diakonie wenden. Das ist eine Abhängigkeit.